Ja liebe Freunde der Rollerscheune, herzlich willkommen zu einer neuen Folge die Rollerscheune und Tour. Diesmal von der wunderschönen Insel Mauritius. Wir haben uns heute hier einen Roller gemietet in schicken Weiß. Uns wurde zwar davon abgeraten hier Roller zu fahren, da es lebensgefährlich sein soll. Insbesondere weil hier Straßenverkehr auf der linken Seite stattfindet und weil die Leute hier ziemlich stark fahren. Uns ist das aber ziemlich egal. Wir machen heute trotzdem eine coole Rollertour und ihr seid mit dabei. Los geht's! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Wie war dein erste Fahrt in Mauritius? Ja, ganz okay. Wir haben es noch überlebt. Mal schauen, was noch kommt. Wir haben echt einen super tollen Roller, muss ich sagen. Hier kannst du mal drauf filmen. Gerade mal 600 Kilometer runter das Ding. Fährt sich wirklich super. Von Suzuki sehr bequem auch als Beifahrer, habe ich mir sagen lassen. Ja, schön in Weiß. Tolles Ding. Mal schauen, was uns noch erwartet. . Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017